Garba Namanasana ist der sich verbeugende Embryo. Garba heißt Embryo, heißt auch Ei, heißt auch Mutterleib. Interessanterweise, Garba hat diese drei verschiedene Bedeutungen. Und Namana bedeutet verbeugen. Beugen heißt auch biegend. In einem weiteren Sinne ist Garba Namanasana das gleiche wie Garbasana. Arjana zeigt, wie es geht. Und in einem engeren Sinne gilt Garba Namanasana als Variation von Garbasana. Ausgangsposition Fersensitz. Von hier kannst du dich nach vorne beugen, deshalb auch Namanasana. Und du gibst die Unterarme neben die Unterschenkel, Ellbogen hängen nach unten, Handflächen nach oben. Also der sich verbeugende Embryo. In einem engeren Sinne wird manchmal diese Stellung allgemein als Garbasana genannt. Und dann gibt es Garba Namanasana als Variation, wo du die Arme nach vorne ausstreckst, die Handflächen am Boden oder auch die Hände zusammen. Angenommen zum Beispiel, du verneigst, du willst morgens vor der Meditation dich verneigen, dann kannst du die, das Verneigen auch bezeichnen als Garba Namanasana. Du kannst dich fühlen wie ein Baby, wie ein Kind, das sich verneigt vor dem Göttlichen, um Schutz bittet und um Führung für die Meditation.